Was ist der Beruf in der Fachfrau Hauswirtschaft? Ich mache hier mit, dass ich den Beruf in der Fachfrau Hauswirtschaft vertreten kann. Er wird viel vernachlässigt. Da kann man dann zeigen, was das für einen vielseitigen Beruf ist. Es ist ein sehr wichtiger Beruf. Es ist eine mega coole Erfahrung. Es ist eine sehr lehrreiche Erfahrung, wo man auch in der Vorbereitungszeit sehr viel dazugelernt hat. Und natürlich auch, dass ich den Beruf Hauswirtschaft vertreten darf. Das schönste ist sehr vieles. Abwechslungsreich ist der Beruf zum einen. Man hat Kontakt mit den Bewohnern oder mit den Gästen. Man arbeitet im Team. V.a. zum Gästenkontakt. In den vier Bereichen, in denen man ist, kann man jedem Gast auf eine Art Lachen ins Gesicht bringen. Mit etwas Kleinem, in dem sie schon Freude haben. Es ist ein sehr spezielles Gefühl. Man realisiert es gar nicht wirklich. Aber es ist mega cool. Es freut mich auch, dass zwei von der Gesellschaft im Finale sind. Super. Ich habe wirklich nie damit gerechnet, dass es so weit kommt. Ich war gestern sehr leichter und mega froh. Aber verarbeitet habe ich es, glaube ich, noch nicht richtig.